hallo und herzlich willkommen auf unseren kanal heute möchten meine kinder und ich eine challenge challenge machen mit jelly beans so viele verschiedene geschmecken und eklige sachen wahrscheinlich kotzen müssen und ja dann fangen wir mal an das brauche ich schon wegen der geschmecke zum schauen dass das gut ist schmeckt es? dann fangst du so erklärt euch was ist das? weißt du es oder? ganz weiß, ohne einen so ist gut, nach oben verdammte milch schau mal rein schau mal rein du kommst schau mal rein Kucka und Kacken nehmen. Kacka. 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 Stinktierspray oder Lakritze? Lakritze. Ach Mann, ich soll auch ein bisschen. Ich weiß, oder? Braunes Ei oder Butterpopcorn? Wollt ihr es essen? Popcorn oder Braunes Ei? Braunes Ei. Wie kannst du das essen? Wie kannst du das essen? Braunes Ei. Braunes Ei. Hunderfutter oder Schokoladenpudding? Ich will Schokoladenpudding. Schau hierzu. Ohne Kacka. Kacki. Du kommst. Wie guter Kacka. Raubleiche. Hunderfutter oder Schokoladenpudding? Hunderfutter. 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 und estos. Was ist ohne Hut für Dich. Leuk. Behleih. Das ist fast ja grad' hebrüchten. Es ist ja jetzt schon immer ein bisschen einer Kack. Hunderfutter. zeittharding. Ich will jetzt mal eine schwarze Stinktierspray oder Lakritze. Ich will Lakritze. Ich will Lakritze. Ich will Lakritze. Hundefutter oder Schokoladenfutter? Hundefutter oder Schokoladenfutter? Hundefutter oder Schokoladenfutter? Das von mir war wirklich eklig. Ich will auch. Weiß. Das ist verdornene Milch. Oh, Kokos. Ich habe ja gar nicht. Ich habe die Schuhe. Grauen. Grauen. Mama, ihr liegt ein Grauen. Mama, ihr liegt ein Grauen. Das war verdornene Milch. Oh, wie ich. Oh Gott, der Orokoko. Schokoladenfutter. Oh, der Orokoko. Oh, der Orokoko. So, die letzte Runde. Lukas, machen wir so, wie ihr am längsten aushält. Okay? Mach sie mal eine Challenge. Okay? Okay, ich nehme das da. Was ist das da? Ich muss es nicht wissen. Nein, das ist eine. Schüttliche Käse. Okay, auf die letzte heiße Kloche. Ja, das Gelbe. Verbraucht das Ei. Warte, wer ist länger drin? Ja, das ist ein Grimmelk. Da in Kameraisch. Ah, der hat ja nicht geschmückt. Sehr länger drin. Ich hoffe, es ist ganz ekel hier. Das war das Weiße, oder? Nein. Schüttliche Käse oder Karamell Popcorn. Oh, der kann Popcorn. Du? Verbraucht das Ei oder Butter Popcorn? Das Gelbe. Butter Popcorn. Du solltest das eklige haben, nicht ich. So, jetzt werden wir uns bauen. Ja, ich habe geboren. Zwei noch. Dann essen wir nur zwei und dann machen wir Schluss. Jetzt dauert es so noch. Ich habe es gar nicht mehr gemacht. Die haben wir beide auf dem Tisch gebracht. So, jetzt machen wir Schluss. Wenn euch das Video gefallen hat, dann können wir einen Daumen hochgeben. Und wenn euch unser anderes Video angucken können, die sind auch schön. Und ihr könnt auch einen Daumen abonnieren, das ist auch kostenlos und ihr könnt auch einen Kommentar schreiben. Und wir machen da ein Video morgen über das neue Jahr, das mache ich mir Glückwünsche wünschen. Und das heißt, bis morgen. Tschüss.